meine damen und herren herzlich willkommen zum heutigen vlog in diesem vlog mache ich eine fahrradtour und zwar auf dem hoch am hoch und wieder runter gut das meiste muss dich schieben weil es so viel schnee hat aber das spielt keine rolle ja ich kann mich jetzt leider nicht so viel umdrehen weil rechts von mir ist noch ein projekt ein video projekt was dann bald irgendwann mal kommen wird und ja wir sehen uns im verlaufen des videos oder am schloss des videos bis später dann musste ich das fahrrad auch schon schieben weil es ziemlich steil hoch ging und der schnee gute zehn cm hoch war und ich die ganze zeit einsenkte mit dem fahrrad wie man gut sehen kann musste auch ein bisschen gegen die sonne kämpfen weil sie schon bald untergehen und dann endlich nach etwa gut eine stunde und eine halbe oder so nicht an oben angekommen und ja die aussicht war einfach traumhaft man hat gut dabei gesehen dann ging es bergab wortwörtlich genommen weil es ging bergab wirklich bergab und zwar ziemlich steil und ich musste feststellen dass meine bremsen nicht funktionierten das hieß für mich die füße auf dem boden runter und so versuchen zu bremsen weil die bremswagen komplett gezogen und es passierte einfach nichts gott sei dank hat es dann auch tiefschnee gehabt durch den ich auch noch bremsen konnte bis zum nächsten spünen bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da hat es mich auch wieder gehauen, das hat ultra weh getan, weil ich am Tag davor erschlitteln war und es mich da auch mehrmals auf die Frös gehauen hat. Das seht ihr jetzt. Das war es auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und ja, ich hoffe wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Bis dann! Bis dann! Bis dann!